Wie viel darf man den Kandidaten zumuten im Rekrutierungsprozess? Was ist zumutbar? Wann ist zu viel? Und wie sieht das aus? Ich habe da aktuell wieder ganz interessante Hinweise von meinen Kandidaten bekommen und die möchte ich gerne auch hier an der Stelle mal teilen. Herzlich willkommen beim Berufspodcast Top Jobs im Wandel. Mein Name ist Christoph Stelzhammer und hier kannst du dich vernetzen mit diversen Gästen, die ich hier interviewe. Du kannst auch mit mir Kontakt aufnehmen. Wir sprechen darüber einfach auf berufspodcast.com Schrägstrich Termin gehen, da ein Telefonat aussuchen. Dann kann ich dir hoffentlich auch weiterhelfen, wenn es um Themen der Karriere geht. Ja, ich habe aktuell wieder eine ganz interessante Geschichte. Und zwar, es kommt wieder häufig vor, dass Kandidaten mir dann so sagen, Stelzhammer, was soll ich denn sonst noch alles machen? Wie viel soll ich denn noch an Aufwand hier reinstecken für diese Bewerbung? Ich finde das alles ein bisschen viel. Also ich habe jetzt einige Kandidaten in letzter Zeit gehabt, die mir dieses Feedback gegeben haben, wo ich auch dankbar bin und sage, Mensch, ja stimmt, vielleicht ist es auch ein bisschen viel. Und die Frage ist, wann ist es zu viel? Wann passt es nicht mehr? Also wie viel darf ich jetzt hier oder soll ich jetzt hier mich engagieren, um tatsächlich auch an den Job zu kommen? Und wie viel darf ich erwarten, darf sich auch eine Unternehmung engagieren, um mich als Kandidaten zu gewinnen? Ist schon ein bisschen eine Gratwanderung. Ich habe hier das so verglichen, ich habe dem Kandidaten jetzt im konkreten Fall auch gesagt, schauen Sie, im Verkauf ist es auch so, im Verkauf ist es doch so, dass ich hier mich engagiere, um den Auftrag zu bekommen. Das heißt, dann kann es auch sein, dass ich recht viel für meinen Kunden auch machen muss und dass der schon vielleicht einiges auch von mir abverlangt und ich im Moment vielleicht auch noch nicht verrechnen kann. Das heißt auch Prinzip Hoffnung. Das heißt, ich werde mich möglichst engagieren und aufzeigen, dass ich die richtige Partnerschaft bin oder darstelle für meinen potenziellen Kunden. Es kann aber auch sein, dass er dann sagt, Mensch, das passt so nicht. Also wir kommen da nicht weiter. Und ich habe vielleicht viel Aufwand betrieben und nichts gewonnen und eigentlich nur Zeit verloren, wenn man so will. Und ja, für Kandidaten stelle ich mir das so ähnlich vor. Es ist ja auch so, man hat natürlich verschiedene Unternehmen, für die man sich interessiert. Das Unternehmen interessiert sich auch für mich als Kandidaten. Und jetzt ist es so, dass ich natürlich immer wieder auch einen gewissen Aufwand auch habe. Das heißt, ich muss vielleicht auch mal ein Case vorbereiten. Also eine Fallstudie muss mich da vertiefen, muss vielleicht sogar eine Präsentation machen, habe diverse Interviews, investiere natürlich auch Zeit und letzten Endes auch Geld in diesen ganzen Prozess. Und am Schluss kann es vielleicht heißen, nee, sorry, wir haben doch jemand anders genommen. Das Risiko habe ich immer. Im Verkauf ist es auch immer so. Also ich gewinne mal einen Auftrag und lerne halt wieder mal, was ich vielleicht besser machen kann in einer anderen Situation. Das ist immer gegeben. Ich glaube, mit diesem unter Anführungszeichen Risiko muss ich immer umgehen. Und ich denke, man sollte das auch tatsächlich auch sportlich nehmen. Ich glaube, man sollte diesen Anreiz oder diese Herausforderung annehmen und sich dem stellen. Ich glaube, dass das wichtig ist. Ich denke, das ist doch entscheidend, sich hier zu engagieren. Und ja, es ist aufwendig, aber ich glaube, es führt irgendwie da keinen Weg dran vorbei. Außer ich gehe her und behandle das alles relativ oberflächlich, engagiere mich nicht so stark. Dann ist aber auch die Wahrscheinlichkeit, dass ich den Job bekomme, nicht so hoch. Das heißt, hier muss ich selber abwägen. Ist das wirklich ein Unternehmen? Ist das wirklich eine Branche? Ist das wirklich ein nächster Schritt, wo passen könnte? Dann gebe ich doch alles. Dann gebe ich wirklich Vollgas und dann werde ich voll mich engagieren und schauen, dass ich mich von der besten Seite auch zeige. Werde mich super vorbereiten und werde wirklich alles geben. Und ja, mit dem Risiko, dass es natürlich auch zu einer Absage kommt. Aber das gehört einfach auch dazu. Und ich würde es wirklich auch hier an der Stelle empfehlen, dass man das macht. Und wenn man schon mit der Einstellung rangeht, dass das nichts wird und dass man vielleicht eh eine Absage bekommt und dass man nur Aufwand hat, dann wird das nichts. Ja, dann wird das irgendwo auch nichts. Und ich kann dir auch an der Stelle wirklich auch garantieren, kein Unternehmen investiert einfach Zeit in Kandidaten für nichts. Also man hat immer auch eine berechtigte Hoffnung, dass das funktionieren könnte, dass man hier wirklich zusammenkommt. Und man macht keine Alibi-Übungen. Das halte ich für nicht. Also ich glaube nicht daran, dass man wirklich mehrere Menschen hier zusammenführt und da stundenweise Zeit verbraucht für nichts. Ich glaube, das funktioniert auch allalong überhaupt nicht. Und ich glaube, von beiden Seiten sollte das Engagement da sein, sollte auch wirklich der echte Wille auch hier zu gewinnen, am Schluss auch da sein. Und dass man am Schluss nicht immer gewinnen kann, ist auch klar. Deshalb engagiere dich, mach das Beste draus und sei dir sicher, dass auch das Unternehmen wirklich auch ein echtes Interesse daran hat, die beste Person für die Position auch zu finden. Und ja, wenn es halt dann nicht klappt, dann hast du sicher etwas gelernt. So würde ich das auch sehen. Und wenn du Fragen hast, wenn du Anregungen hast, würde ich mich an der Stelle auch wieder freuen über deine Rückmeldung. Ich wünsche dir alles Gute und ganz viel Erfolg bei deinem nächsten Bewerbungsgespräch. Dein Christoph.